Aufgepasst, euer Reseller, was geht? Reden wir hier von Reseller.com, freue mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video und heute bewerten wir das aller allererste Lego-Portfolio gemeinsam. Wir schauen uns mal so ein Portfolio an und ich will dann auch liebend gerne Feedback von euch haben. Wir machen das Ganze auf die BrickFact-App, die ist kostenlos unten verlinkt, tagt euer Lego-Portfolio ein, schickt mir das Ganze auf meine E-Mail-Adresse oder per Instagram, alles ist unten verlinkt, wie das Ganze funktioniert. Ich picke mir dann eins raus und werde das Ganze mit euch hier live vor der Kamera, ich bin jetzt hier gerade nicht in Österreich, aber es ist ja wurscht, wo ich bin, Review und werde das Ganze dann hochladen und ihr könnt das Portfolio dann in den Kommentaren von 1 bis 10 bewerten bzw. euren Zenf dazugeben. Ich werde das dann am Ende auch bewerten mit der Punkteskala von 1 bis 10 und wir schauen uns einfach an, okay, wie viel wurde investiert, was ist das Portfolio jetzt wert, welche Sets sind drin und was könnte man besser machen. Heute gibt es ein kleines Portfolio zum Start, wie gesagt, weil ich gerne euer Review zu dieser Serie haben will, die es jetzt zwischen den 100 und Mio immer und immer wieder gibt. Ich schaue mir einfach eure Portfolios an, wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach ehrliches Feedback gebt bzw. einfach sagt, okay, was wollt ihr wirklich genau wissen, soll ich auf eins auch eingehen oder soll ich auch so ein Battle machen, das gegen das Portfolio, das alles in diesem Video bitte, das ist einfach so ein Video, wo ich halt eins nehme, das analysiere und von euch bitte Feedback haben will und beim nächsten Mal nehme ich mir natürlich euer Feedback wie immer zu Herzen und dann schauen wir uns vielleicht zum Battle an oder wir schauen uns ein größeres, gehen kleinere Sets an oder was auch immer. Am Ende von diesem Video gebe ich euch noch drei bis vier Sets mit, die dieses Jahr in of Life gehen sollten, im Preisbereich zwischen 15 und 150 Euro, die ich definitiv empfehlen kann. Wie gesagt, das ist immer so, Sets können auch wieder neu aufgelegt werden, da kann ich überhaupt nichts machen, also da kann keiner was dafür, wenn die neu aufgelegt werden, das kann man auch nicht irgendwie voraussehen oder so, so ist es halt einfach, aber jetzt schauen wir uns das erste Portfolio an, ich blende euch das dann auch gerne immer hier ein, das Portfolio hat einen Wert von 3.742,56 Euro, wie gesagt, ich schaue immer hier her, weil hier habe ich alles ganz genau, der UVP-Wert liegt bei 4.514 Euro und es sind acht Themen, 52 Sets insgesamt, er hat 3.272 Euro investiert, also es ist schon ein bisschen gestiegen, wie gesagt, ihr seht es jetzt in der Grafik. Was ist in diesem Set drin? Er hat zweimal das Yoda-Set gekauft, das kennen wir für 75255, für 84,60 Euro, ja, meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer, ihr wisst, das Set hat eine Preissteigerung hinter sich, jedoch, wenn man da tief in dieser Materie drinnen ist, dann konnte man das sogar unter 60 Mal kaufen, damals jedoch ein cooles Set, er hat es für 84,60 Euro gekauft, dann dreimal sein Feld für 56,41 Euro, hier ist der Einkaufspreis relativ okay, ja, dieses Set haben wir uns auch mit der Sternebank schon genauer angeschaut, ich habe es auch, aber so ein Durchschnittsset, beziehungsweise so ein Set, wo ich nicht recht viele damit anfangen kann, es gibt natürlich die Friends auch und dann das QI oder so, das ist immer die gleiche, die gleiche Aufbauart, haben wir ja im Video mit der Sternebank auch ein bisschen genauer angeschaut, ist für mich jetzt nicht der Bringer dieses Set, jedoch ist der Einkaufspreis hier relativ gut, dann wurde am 5. April das 42,136 Euro Technik Set gekauft, Formula E Porsche für 27,99 Euro, hier ist der Einkaufspreis auch wieder gut, Formula E Porsche ist auch so ein Set, grundsätzlich nicht so ein schlechtes Set, jedoch bin ich mir hier beim End of Life Datum überhaupt nicht sicher, viermal das London Set für 28,49 Euro, dieses Set ist cool, meiner Meinung nach habe ich auch sehr, sehr oft am Start, jedoch ist es bei diesem Set so, es ist schon so Ewigkeiten auf dem Markt und ja, das ist halt so eine Frage, wann das vom Markt gehen wird, das hat er am 16. März gekauft, hat er auch schon eine Weile im Holding, dann kommen wir zu einem Set, das extrem, extrem cool ist, nämlich das imperiale Shuttle, 75302, das ist ein cooles Set, werde ich euch auch dann in einer weiteren Analyse nochmal etwas genauer hier auf dem Kanal zeigen, für 49,29 Euro hat er es gekauft, das ist ein Set, da werdet ihr definitiv Freude daran haben, das ist ein relativ nice Set, genauso wie mit dem nächsten Set, wenn ihr das End of Life abwartet, nämlich 21,330 Home Alone, ein ID-Set für 249,99 Euro hat er es gekauft, dieses Set, mit dem kannst du nichts falsch machen, glaube ich, oder dieses Set wird definitiv meiner Meinung nach im Preis steigen, das ist ein wirklich geiles Set, man hat es auch hier gesehen, kurz nachdem es rausgekommen ist, ging es vom Markt, war Ewigkeit nicht mehr verfügbar, jetzt wurde es dann nachproduziert, jetzt wieder verfügbar, also da sind die 349 beispielsweise drin, meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung, ich gebe euch hier wirklich transparent und ehrlich meine Meinung weiter zu diesen Sets, aber ganz genau. Dann hat er, also ich sage das nicht nach den Welten, sondern nach dem Kaufdatum, was er da immer gekauft und eingetragen hat, ihr seht es ja auch hier eingeblendet, dann dreimal die Freiheitsstatue für 62 Euro, dreimal für 62 Euro gekauft, die UVP liegt hier bei 99, ist ein Set, das man nehmen kann, besonders in Kombination mit der Minifigur, also nicht mit der Minifigur LOL, mit der Brickhead natürlich, mit der Brickhead kann man das dann vielleicht in Kombination verkaufen, also relativ solide das Ganze, dann kommen wir 5. Central Perk für 50 Euro, 50 Euro ist hier ein richtig geiler Preis für Central Perk und ich finde das auch richtig cool das Central Perk Set, ich hoffe, es wird uns dann endlich mal verlassen, habe ich massenweise davon, also das finde ich persönlich weit aus besser wie Seinfeld, nur so als kleines Beispiel warum, ich habe hier auch eine Analyse gemacht, der Partoutwell ist gut, Lagerbarkeit, Minifiguren, also ich finde es solide dieses Set und ganz genau. Dann wurde am 15. Dezember 2021 dreimal der Porsche RSR 911 gekauft, 2,406 Euro, wieder ein Technik Set für 299,97 Euro, also pro Porsche hat er genau ein Hunderter bezahlt, was auch ein super Preis für dieses Set ist, also da hast du einen guten Deal gemacht, glaube ich und ich glaube auch, weil es ein Porsche ist, Technik Set Porsche, richtig gut und UVP eingekauft wirst du hier auch, also das ist definitiv kein Fehlgriff für richtig guter Einkauf. Dann haben wir noch Harry Potter hier am Start, die Hallen von Hogwarts für 74,90 Euro, finde ich cool, auch ein gutes Set, da gab es ja die Reihen mit den verschiedenen Dächern, wo auch zum Beispiel das Schloss dazu passt, der Uhrenturm, ihr wisst was ich meine, hat er für 79,90 Euro gekauft, ich glaube die UVP liegt hier bei 100 Euro, auch gut, finde ich. Dann haben wir noch Erdogan, unsere Werkstatt, hier, die wurde leider neu aufgelegt, die hat aber dreimal gekauft für 41,99 Euro, die Neuauflage, also den Vergleichen Neuauflage zu diesem Set, werde ich noch genauer anschauen, ich finde dieses Set trotzdem geil, wie gesagt, für die Neuauflage kann kein Mensch was, ich habe die Erdogan Werkstatt, glaube ich, 100 Mal am Start, aber trotzdem, ja, cooles Set, dann einmal das Piratenschiff für 79,90 Euro, das ist auch ein guter Einkauf, weil hier die Preissteigerung dann auch, ja, trägt, also diese auch Preissteigerung gehabt, dann kommen wir nochmal zu einem Architecture, beziehungsweise du hast dreimal das New York Set gekauft für 29,99 Euro, hier gleich wieder wie beim London Set, wir wissen nicht, wenn es vom Markt gehen wird, dann sind die Lage der Investoren sicher auch voll, also hier hast du sicher auch noch eine sehr, sehr lange Haltedauer, ansonsten eigentlich ein geiles Set, der Preis ist geil, alles ist eigentlich relativ gut, nur das Problem ist, es verschwindet einfach nicht vom Markt, dann haben wir 10 Mal den Trafalgar Square für 56 Euro, der ist schon vom Markt verschwunden, blende ich euch auch jetzt die Steigerung ein, ein Set, das ich auch empfohlen habe, was ich auch relativ gut finde und was auch die Steinebank unendlich oft am Start hat, genauso wie das weiße Haus, genau und dann haben wir noch das letzte oder der erste, dein erster Einkauf sozusagen, ich bin jetzt vom letzten zum ersten gegangen, wo ich dir auch gratulieren darf, nämlich 5,5 die Lokomotive, hast du zu UFP gekauft, wo ich nicht so der Freund davon bin, aber du hast das 5,5 für 99,99 Euro gekauft und hast jetzt auch schon eine sehr, sehr gute Preissteigerung erfahren. Wenn ich dieses Portfolio jetzt bewerten dürfte, wie gesagt, würde ich ein 6,5 ungefähr von 10 Punkten geben, mir fehlen halt einfach Bricklets, Star Wars Sets, zu wenig drin, auch die Ideasets, wo ich viel Wert drauf lege, sind mir einfach zu wenig drin, es ist jetzt nicht ein schlechtes Portfolio, aber es gibt meiner Meinung nach auch bessere Portfolios, man kann da einfach ein bisschen mehr abmixen, finde ich, auch ein paar andere Themenwelten noch mit reinnehmen, um da ein bisschen mehr zu diversifizieren und ein paar Einflusspreise sind mir einfach zu hoch, beziehungsweise Sets, die halt nicht, also wo ich halt sage, okay, das ist halt nicht unbedingt das, wo ich investieren würde, beziehungsweise so viel investieren würde. Ein paar richtig coole Sets wie die Lok sind dabei, hast du supergut gekauft, auch Home Alon, das ist auch top, aber wie gesagt, mische ein paar kleinere Sets, besonders bei so einem in Anführungszeichen kleinen Investitionswert, weil du hast ja schon von 3.000 Euro ungefähr, hast du schon 500 die Lok, was ähnlich schlecht ist, dann hast du noch ein ID-Set für 250, das macht schon ein Drittel von deinem ganzen Wert aus, du weißt, was ich meine, glaube ich. Aber ansonsten, bist du auf einem guten Weg, schau dir weiter die Videos an, investiere auch in kleine Resets wie Brickheads, auch ein paar Speed Champions kann man mit reinmischen, einfach ein paar kleine Resets, Marvel und so weiter und ansonsten hoffe ich, ich konnte jetzt ein bisschen mit der Analyse weiterhelfen, beziehungsweise einfach ein paar kleine Tipps weitergeben, gerne an euch Freunde, wie gesagt, in die Kommentare damit, schickt mir eure Portfolios, ladet euch die BrickFact-App runter, ist wie gesagt absolut kostenlos und dann analysiere ich das für euch liebend gerne und jetzt noch das kleine Versprechen, ich sage euch jetzt noch 4-5 Sets oder 3-4 Sets in diesem Bereich, die end of life gehen und die ich definitiv empfehlen würde, ich habe jeder diese Sets analysiert und das gebe ich euch noch ganz kurz weiter, also wir haben 75,3,19 die mandalorianische Waffenschmiede, die UVP ist hier, 29,99 hat 3 Minifiguren, 2 davon sind exklusiv, der Part-Tutelle für 55 Euro, kann ich definitiv empfehlen. Dann, Lego 75,3,14 Bad Batch Shuttle, 99,99, 6 Minifiguren, alle davon sind exklusiv, der aktuelle Markt, man kann es unter 30% unter der UVP kann man es noch kaufen, also schlagt da definitiv zu, wenn ihr das habt, zu 30% unter der UVP, 150 ist der Part-Tutellio und es ist teilexklusiv, also bei Lego und das Mifftoys, das ist eigentlich ganz ganz geil, also da würde ich auch sagen, das hat definitiv Potenzial. Dann haben wir 79,3,92 das goldene Zauberschacht mit 4 Minifiguren, das ist auch wieder Teil exklusiv, Lego und Galerie hat es nur am Start und 160 ist der Part-Tutellio, das ist ein Set, was auch Leute gerne verschenken, wo man definitiv viel damit machen kann, auch so ein Set, was ich kriege, oder so ein kleiner Geheimtipp. Dann haben wir noch ein wirklich kleines Set, nämlich 76,2,39, das Backmobile der Tumbler, klein, nämlich nicht der fette, sondern der kleine, die UVP ist 39,99, 4,22 Teile, eigentlich sollte der überall verfügbar sein, was aber nie der Fall war, der war immer vergriffen und das ist halt so ein Indiz, dass der definitiv gut im Wert steigen kann. Dann haben wir noch 40,558, die Clone Trooper für 14,99, das ist das kleine Pack, ich bleibe es euch ansonsten ein, 3 Minifiguren, 2 davon sind exklusiv, die Minifiguren allein machen schon mehr wie die UVP aus, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, es ist 2022 rausgekommen, wie das auch vom Marken 2022, wie all diese Sets, die ich euch hier gesagt habe, schaut da auch definitiv rein und 2 Sets packe ich euch noch unten in die Infobox, bzw. diese Sets, die ich euch jetzt gesagt habe, plus 2 Sets sind auch noch drinnen, die 2022 vom Marken, die wir analysiert haben, wo ich Potenzial sehe, wo ich auch selbst investiert bin. In diesem Sinne hoffe ich dieses klitzekleine Video hat euch gefallen, gerne abonniert, gerne liked und gerne schreibt mir euer Feedback und ansonsten schickt mir fleißig eure Sets und ich schaue mir dann einiges an, auch dann im Lego Lager bei uns stelle ich dann es jetzt auch noch ein paar gegenüber, da wird es ein bisschen ein besseres Design geben, aber das ist jetzt das erste Video in dieser Videoreihe zum Start und jetzt sage ich einfach mal super schönen Tag, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer René, ciao, ciao.